Hallo liebe Fabian-Eimek-Zuschauer, Fabian hier mit einem Test. Zu Airmail. Airmail ist ein neuer Titel von dem Publisher, der jede Woche neue Titel in den App-Store schmeißt. Chillingo. Airmail steht als Universal-App für 3,99 Euro im App-Store. Hauptspielmodus des Spiels ist der Missionsmodus, wo ihr euch als junger Pilot durch eine epische Geschichte fliegt und die Welt retten müsst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Missionsmodus besteht aus sieben Kapiteln mit je vier Missionen. Hier werdet ihr in die Rolle des jungen Piloten Scoop versetzt, der am Steuer einer alten Propellermaschine seine Mannschaft und Freunde sowie eigentlich das ganze Land retten muss. Ihr kennt das ja. Auch wenn ihr euch in einem von Krieg zerfressenen Land befindet, sind eure Aufgaben eher einfacher Natur und leider meist etwas eintönig. Denn meist müsst ihr nur Gegenstände einsammeln und an anderer Stelle abliefern. Oder ihr müsst durch Anfliegen Feuer in Leuchttürmen auslösen oder die Seile von feindlichen Bomber-Zeppelinen zerschneiden. Besonders herausragend sind die Missionen leider nicht designt. Hinzu kommt, dass die einzelnen Missionen von geübten Spielern relativ schnell, sprich in zwei bis fünf Minuten, absolviert sind. Das bedeutet, dass erfahrene Zocker nicht mehr als zwei bis drei Stunden für den Story-Modus brauchen werden. Ihr solltet übrigens einigermaßen der englischen Sprache mächtig sein, denn sonst gehen euch einige Story-Details verloren. Zocker nicht mehr als zwei bis drei Stunden. Zocker nicht mehr als zwei bis drei Stunden. Zocker nicht mehr als drei Stunden. Bei den weiteren Spielmodi handelt es sich um die Expresslieferung sowie den Erforschermodus. In der Expresslieferung geht ihr auf Highscore-Jagd und müsst, wie es der Name schon andeutet, möglichst schnell sein. Auch hier bekommt ihr verschiedene Aufgaben gestellt. So habt ihr in einer Mission beispielsweise ein Fischernetz an eurem Flugzeug montiert, über das ihr in einer möglichst kurzen Zeitspanne möglichst viele Fische fangen müsst. Im Erforschermodus erkundet ihr die Gebiete mit eurem Flugzeug und müsst Spruchbänder einsammeln. Anschließend dürft ihr als Belohnung euer Flugzeug verschönern. Airmail bietet verschiedene Steuerungsmethoden. So könnt ihr eure Propellerkiste per virtuellem Joystick lenken oder durch Neigen eures iOS-Gerätes. Im Grunde funktioniert die Steuerung bei allen Varianten mehr oder weniger gut und verzeiht auch viele Lenkfehler. Auch technisch ist Airmail richtig gut. Die fünf Inselgruppen sind sehr fantasievoll gestaltet. Es gibt tolle Wolkenformationen und nette Wasserspiegelungen. Darüber hinaus ist die Grafik flüssig und detailliert. Und die epische, orchestral-instrumentalisierte Musik sowie die Sprachausgabe tragen ihren Teil zur guten Atmosphäre des Spiels bei. Vor allem auf einem neuen iPad kommt der Titel richtig gut zur Geltung. Aber auch Besitzer älterer Geräte können auf ihrem iOS-Gerät einen toll inszenierten Titel erleben. Musik 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 Mein Fazit. Das Gameplay von Airmail ist im Grunde relativ simpel, denn meist müsst ihr nur Gegenstände finden oder abliefern. Ohne Zweifel ist Airmail einer der besten Chillingo-Titel der letzten Monate. Abzüge gibt es für den zu kurzen Story-Modus und die teils etwas uninspirierten Missionen. Ich vergebe Airmail 4,5 von 5 möglichen Sternen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt euer Fabian. Untertitelung des ZDF, 2020